Wir treffen uns heute auf der FH St. Pölten beim Blockchain Summit zum spannenden Thema Mysterium Blockchain. Gemeinsam mit dem Austrian Blockchain Center und dem Josef-Ressel-Zentrum veranstalten wir jedes Jahr das Blockchain Summit, wo wir Unternehmen mit der Forschung zusammenbringen wollen. Unser Ziel ist Blockchain Technologie zu erklären, Anwendungsfälle aufzuzeigen und Unternehmerinnen und Unternehmern zu helfen, wie sie mit dieser Technologie erfolgreich ihre eigenen Anwendungen umsetzen können. Wir im Josef-Ressel-Zentrum beschäftigen uns hauptsächlich mit Security Management und damit Blockchain auch in klassische IT reinzubringen. Deswegen ist das Event für uns heute einfach wirklich toll. Wir haben tolle Gespräche mit Firmen aus vielen verschiedenen Bereichen und sehen da viele neue, schöne Projekte kommen.